Und wieder zu dem Herrn von und zu, der jetzt, nee, Frankenschwester ist es diesmal. Ein Klebunkel. Oh, das habe ich aber noch nie gefunden, mein Mädchen. Kannst du das Klebunkel gerne haben? Ich brauche nämlich Platz. Ich bin ganz schön, die ich nicht so richtig erzählen, mein Mädchen. Bleu hier auf dem Schwenken und ich bin ganz schön. Aber jetzt habe ich es schon eine Szene gek internationally gemacht. Ich bin ganz schön, der Russland native sich die ganzen Schwenken auf dem Gerissen. Welche Farben, dann werde ich noch ein bisschen wie aus. Und das würde ich nur ganz gut. Und ich bin sehr wichtig. Ich bin ganz schön in der Größen auf dem Gerissen. Ich bin sehr gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020